Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Morgen, hallo und herzlich willkommen. Matze hier und wir haben einen Kacks verorben. Ich muss den Nutschrauber markieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Request heißt. Wir können ja mal schnell gucken, was ich hier machen muss. Lighthouse Punisher Part 4, nee, ist es nicht. Drug Trafficking, da müssen wir in die Drogenhöhle und Easy Job, Part 1, Easy Job, am Arsch hängt der Hammer. Prater haben sie wohl ins Hirn geschissen. Da sitzt nur Fett in seiner Bude. Jetzt kann ich ja lieber auch nicht mal hier vorne rüber, dann schießen die mich doch direkt wieder mit dem Mörser ab. Also wieder ein Umweglaufen, riesengroß. Ach so, hier vorne haben wir wahrscheinlich wieder PMCs rumlungern. Ich bin auch irgendwie, seitdem ich hier PvE spiele, nie hinten im nördlichen Bereich, also am Bahnhof bespielen oder so. Immer hier, ich meine, meistens ist es auch idealer, wenn du hier spielst. 100 Meter einstellen. Ey, ihr, wenn du keines Gäst machen musst, hier Longroad-mäßig, schießen sie, sche... Warte mal, rennen sie dir die Bude ein. Schießen sie dir die Bude ein. Rennen sie dir die Bude ein. Was hat nächstes? Aber wehe, du musst die Quest machen und brauchst die Skepsis. Dann ist ja kein Schwein da. Dann probier du die Bude morồng können. Dann probierst du mal die Bude. Das war's für heute. Das war's für heute. So, erstmal gucken, wo ich hier meine Exits hab. Achso, okay, das hab ich vergessen. Side Tunnel, Mountain Pass. Nochmal. Da hast du schon ein Northern Checkpoint. Northern Checkpoint. Das ist geil. Das ist da hinten am Bahnhof. Genau. Das ist wunderbar. So. 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 Ich habe noch ein paar Worteil. Er springt einfach nicht ab, Alter. Jedes Mal das gleiche Theater. Soll das gleiche Theater. So, dann gucken wir mal hier hinten auf den Felsen, dass wir wenigstens schon die ersten paar Läune von den Flächern herunterschießen können. Er schießt er ja auf mich. So, dann gucken wir mal hier. 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 Alter, willst du mich verarschen? So, endlich. So, das war Nummer eins. Jetzt müssten wir eigentlich weiter zu den anderen Dächern. Aber ich überlege, was soll ich da hin? Ja, doch, das mache ich, das mache ich. Wenn die von den Dächern rumgeschossen sind, ist es ja relativ ungefährlich zum Hubschrauber zu laufen. Glaube ich. So, und das sind jetzt hier ungefähr 250 Meter. So. 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 ich weiß nicht, was entgegen wir vom. So. 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 Schiss hier zu gucken, oder? Nee, ich werde das auch nicht so machen, sondern... Ach komm, ja. Wenigstens mal schnell was essen. Schluck hinterher spülen. Hä? 97? Da hat er gar nicht so viel... ...energie wieder hergestellt. Ich dachte immer, das waren so um die 50. So, nochmal. Ja, diese Arschlöcher. 41 Kilo. Ich weiß es nicht. Ich muss da rüber rennen. Oh, mein Herz, Junge. Oh, mein Herz. Ich komme mit dem Scope nicht klar. So, jetzt machen wir viel zu hoch. So, jetzt machen wir viel zu hoch. So, jetzt machen wir viel zu hoch. So, den hinten am Mörser haben wir weg, den am MG haben wir jetzt weg. Das Dach da drüben ist auch leer von der Halle an der Straße. Aber was ist mit der Halle hier unten? Haben die auch ein MG drauf? Das weiß ich immer gar nicht so genau. Aber ich glaube, das guckt in die andere Richtung. Da bin ich mir halt nicht so sicher bei dem Scheißdach da oben. Also hier haben sie glaube ich schon mal einen MG. Was soll denn das wagen? Ist das denn ein Scheiß Hubschrauber? So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's! Stolzert! Das war's! Was? Was? Das war's für heute. Das war's für heute. Nach Pflanzer. Marahina. 6 Minuten noch. Das wird eng. Nach Pflanzer. Von den Dächern durfte keine Bedrohung mehr ausgehen. Ja, los, durch. Du fettes Schwein. Durch. Geh durch. Aber ich komm nicht durch, Alter. Mann. Da spring ich halt drüber. Da springst du mal drüber. Ja, auch nicht, Alter. Lass mich verarschen. Wer war denn das? Spring, du Idiot. Ist der doch bescheuert, Alter. So ein dämlicher Hund, Alter. Das hast du noch nicht erlebt. Alter, ihr Fresse. Der hat mich jetzt hier und Steph so zusammengefickt. Ey, wir haben nur noch vier Minuten. Da können wir vergessen, dass wir da hinrennen und das Ding platzieren. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt hier entkommen. Da haben wir genug damit zu tun. Was ist das, Alter? Oh. Oh. Hä, vom Fach? Das ist mich verarschend. Das kann nicht wahr sein. Ich muss jetzt laufen. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wenn ich jetzt... Ich bin jetzt hier. Oh, oh. Haltet euer Presser. Alle Heilungen aufgebraucht, alle medizinischen Produkte aufgebraucht, Wörsinn hatte ich noch nie. Komm, zieh durch, zieh durch, los, oh ja, nur gut, dass ich die Exit so ein bisschen größer gemacht habe, aber das wärs, eine Quest auf die letzte Sekunde. Es gibt Vier Rogues, naja, Junge, Junge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.